Hallo, ich bin die Ilona. Ich bin seit eineinhalb Jahren Kassenmitarbeiterin im Delferbad. Viele Gäste kommen zu uns mit der Frage nach einem 10er Block, wie man den von früher her kennt. Ich biete als Alternative die Bonuskarte an. Man kann mit der Bonuskarte sämtliche Eintritte abbuchen lassen, die Nachzahlungen machen, in der Gastronomie zahlen. Es ist wie ein Zahlungsmittel innerhalb von Bad. Die Bonuskarte ist nicht personenbezogen, das heißt man kann sie gerne mal weitergeben oder Familieneintritte abbuchen lassen und sie hat kein Ablaufdatum. Es macht mir Spaß, der tägliche Umgang mit Menschen, egal ob Babyschwimmen oder wenn wir unsere Stammgäste begrüßen können. Und gerade wenn wir die Kleinen sequisieren anstrahlen, dann weiß man, dass man eigentlich einen Job hat, der wahnsinnig viel Spaß macht.